Sammelt Befehle der Kultisten, Sammelt Befehle der Kultisten, Kultistenkrieger Ja, ist ja wohl schon mal wieder darauf, weiß nämlich nicht Die Kultisten-Schamane, die braucht man eigentlich nimmer Wir müssen, irgendwelche müssen wir befreien, aber ich weiß nicht, ob die da sind Okay Ich hab vorhin welche gesehen, die eingesperrt sind, aber ich glaub, das ist auf einer anderen Dings Oder was ist das? Ja, schau Ich hoffe, wir nehmen das derer jetzt weg, oder? Nein, eh nicht Hast du was gekriegt? Ja Hab ich alles bekommen Aua, welches Urschloch Da ist dann ein Krieger, mach mal den fertig Ja, mach den Der liegt eh nur am Boden Jetzt kommt ein großer, oh Ja, da kommen jetzt wieder ganz viele Ganz schlecht Ähm Okay, jetzt sind wir wieder im Arsch Einen hab ich gedötet Es sind doch immer drei Nein, das wird nichts Glaube ich nicht Aua Ja Zum Glück hast du noch drei gekriegt Ich mach die kleine mal kaputt Ja, naja, ich muss immer Okay Greift doch mich an Ja, er haut auf mich Ach, schon wieder das? Gucki Die brauchen wir eh, hat ja gut funktioniert Wer schießt da? Na ja Komm her Was freut die mir eigentlich an? Hoppala, was mit mir passiert? Gleichzeitig umgefallen Hinter uns Ja, da können wir ewig kämpfen Ja, vor allem die brauchen wir dann immer Diese normalen Okay Gut Warte, da kommt so ein Krieger Da vorne ist so ein Krieger Kann man uns den schnappen? Geht das, glaubst? Der große? Ja Ja Lock ihn ein bisschen in den Wald rein Genau An mir vorbei, genau Natürlich haut er nicht mich Gebitte Er, ein Scheut Also nicht ver hier super nichts sammeln gut was wir brauchen jetzt nur noch Kultistenkrieger aber nicht diese großen ich glaube das sind nicht die großen Achtung da kommt einer Achtung Kulto 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 Schönen er kommt zurück aber ich glaube nicht auf uns jetzt kommt er ok ja schlecht Acht Kulto Kulto Sk� Kulto 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 Kack, die waren dann leider. Ähm, ja gut, wollen wir mal rauflaufen. Ja. Wo, also da, wo es halt markiert ist. Und wir schauen noch mal, wer diese Krieger sind. Ja, laufen wir mal da rauf, ja. Wir brauchen normale Krieger, ja. Normale, okay. Nicht diese Riesen. Okay, nein, das ist immer falsch. Schauen wir müssen dorthin. Ja, kommt drüber, ja. Kultist. Riese. Schamane. Kultist. Warte, da ist irgendeine Quest. Kultisten Krieger. Okay, die sind da. Ja, lol. Willst du mich häkeln? Ich laufe jetzt mal weiter, weil wir brauchen irgendwo. Kultist. Ja, ich glaube, da müssen wir von unten kommen. Oder auch nicht. Schau dir das an. Da ist alles voll. Da ist alles voll. Lauf mal da runter. Da haben wir den Weg. Da können wir uns dann wieder probieren, dass wir uns einzelne welche rausziehen, ja. Okay, was rentiert dann nach? Eine Buschspinne. Stirb! Hä? Wir bräuchten große Buschspinnen, aber um die kümmern wir uns nachher. Achso. Okay, also, gehen wir da mal rauf. Wir können eh nur... Ja, siehst du ihn? Das ist ein Krieger. Ja? Der mitten am Weg. Und hinterher vielleicht uns geht. Ich muss aber zuerst die Kleinen. Nein, ich glaube nicht. Das ist der Krieger? Ja, steht ja oben. Wolle ich da? Da. Okay. Kommt Senna, freund. Ja, mir ist es recht sein, gell? Ja, ich glaube nicht. Okay. Gut. Wir brauchen noch drei. Wir warten einfach, bis die wieder spawnen, hm? Das hat ja ganz gut geklappt. Nein, das ist ja kein Krieger, oder? Nein, das ist ein Riese, oder? Nein, das ist ein kleiner. Das ist kein Riese. Warte, ich schau mal. Achso, daneben geht ein Riese, oder? Jetzt kommt der. Ich glaube, das ist ein Krieger. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Ja. Ach, Gott. Macht dir nichts. Naja, alles relativ. Aua, das tut weh. Okay, das hat jetzt wieder nicht zählt. Das ist schon wieder so ärgerlich. Wie gesagt, das nicht zählt. Die ist so anstrengend, hm? Dann holen wir uns den am Berg. Okay. Hol ihn aber runter, okay? Hol ihn weiter runter. Wenn die das spawnen, dann haben wir alle wieder bei uns. Oops. Nein. Ich habe nichts. Ich habe es nicht. Ich werde es nicht mehr machen, glaube ich. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe gerade rausgefunden, ich muss blocken, um meine Energie aufzuladen. Gut zu wissen. Hau mich. Boah, das ladet ganz schön auf. Hau mich. hat wieder nichts zählt, da zählt wieder nur jeder zweite das gibt sie nicht ja weil wir nicht im Dings sind wahrscheinlich aber in das Dings kann man nicht gehen in den Gras gar geht sich nicht, das schafft man nicht, dass es mitten da drin ich glaube nicht, dass wir da drin sein müssen ja es ist ja wurscht, hol den nächsten oh du hast Freunde geholt hmmm 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 okay einen bräuchten wir noch, warte da ist einer so, schau, die nehmen wir Klee so, wer ist Ziel erreicht Super Okay, wir müssen Welches Quest war denn das? Ich hätte noch ein Befehl schreiben Ich hätte noch ein Befehl schreiben Was brauchst du? Du hast noch so ein Befehl schreiben Ja, von wem? Nochmal von denen? Von Kriegern und einen normalen Einen Krieger und einen normalen Gut Gut, gut, gut Ja, sehr gut Fertig Okay Dann kommen wir mit Dann töten wir jetzt noch schnell die Spinnen Okay Und dann gehen wir mal eine Runde abgeben Achso, nein, warte Ja, ist wurscht Machen wir zuerst die Spinnen Das ist hier alles da in der G Ja Da brauchen wir fünf von diesen Spinnen Okay Okay Große Buschspinnen Müssen wir aber da durch Da macht man nix Geh einfach durch Da war jetzt irgendwas blaues Das ist jetzt mal wurscht Komm Diese Gnome Nur schauen wir mal Große Buschspinnen Das ist nicht so schlimm Aber da kommt irgendein Stein auf dich zu Ja, die Steine sind sehr lästig Vor allem weil er auf dich schießt Oder sind das diese Sterne, die Hm, die sind aber auch nicht mehr sonderlich Fast schon Wenn er unbedingt will Dann kriegt das Okay Auf alle Fälle sind da diese großen Buschspinnen Warte, sind wieder nur die kleinen Ah, da hinten sind große, schau Super Ah, ich bin voll Nein, da braucht man noch was? Toll oder voll? Voll Voll? Inventar ist voll Na Du musst einsammeln Na, ich kann nicht einsammeln Ich mein, das ist auch so gut wie vor Ein bisschen was kann ich einsammeln Aber nicht viel Ja, das ist schlecht Weil wir Die noch nicht einmal am abgeben Verstehst du? Was ist das? Schau Rotox Ah, ja Die verfolgen uns Ja, drei sind zu viel wahrscheinlich Ich weiß nicht, aber Aber es würde mich halt interessieren, so einer Ich weiß nicht Nein, sie interessieren uns nicht Lauf weiter Ich bin zu stark Ich bin ziemlich stark Ich meine nicht, dass ich es jetzt so genüge ausprobiert hätte, aber Ja Reicht mir schon Was ich abbekommen habe Na Kinder, das ist schlecht, was machen wir jetzt da mit der Inventar Blöd Klisch ist gleich daneben Ja Ja, okay Ich kann nichts Okay, na dann willst du zuerst nach Klisch gehen? Gut, der hat eh keine Belohnung für mich Warum? Weil der mir nichts gibt Ja, der, der Kommandant, oder? Ja Der hatte kein Kein Item, oder so Nur XP Achso Ja, gut Okay, warte mal Ich schau mal ganz kurz, wie wir machen Ja Mit wem redest du? Mit dir Achso Oh, wir müssen ja noch die Dorfbewohner retten Na, ist ja wurscht Dann Dann gehen wir mal schnell nach Klisch Ja Das ist ja wirklich daneben Genau Und dann räumst du deinen Gack auf Ja Ja, hoffentlich kann ich das aufräumen Ja, ich würde eh auch gerne aufräumen ein bisschen Was verkaufen und dann geht's schon Ich liebe dieses Spiel Bereust du den Kauf nicht? Lol, na Bereu den Kauf nicht, ich möchte mich drin eingraben Und Tag und Nacht spielen Quest 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 Wir werden schon wieder mal die ganze Nacht spielen Ja lol I hope so Wie viele Punkte habe ich? 11 Talentpunkte Für mich Ich bin Ich bin Fernverein Ich bin Das war's für heute. Das war's für heute. 250% mal 3 Treffer. Ist das gut? Warte, wie? Nochmal? Aufgeladene Magieschaden? Magieschaden 250% Aufgeladene Magieschaden 250% mal 3 Treffer. Das ist super. Ist das gut, klar? 250% ist schon gut. Entschuldigung, ich bin jetzt wieder ein bisschen gestanden. Wollt du dem Handelsbeauftragten? Wo ist er denn? Da hinten, gell? Oder? Ist der ums Eck? Wo ist er denn? Der ist wieder alles zugemültig. Der kann ja gar nichts sehen. So, ja. Da ist er. Wenn geht, nimmt er gleich Quests an, gell? Halbmenschen. Also das Handelsding, die hat was? Naja, hab ich eh gesehen. Achso. Zu derer will ich ja nicht. Ich will ja eigentlich zu dem anderen. Quest Zielvorgabe. Was ist das für ein Mist? Muss ich hier mit allen Menschen jetzt reden? Ja, ich schau's mir dann später an. Ich muss jetzt einmal... Jetzt machen wir mal unser Organisatorisches, ja. So, was will ich nicht mitnehmen? Medizinisches Kräuteröl. Handelsgut, naja. Die Feuerwerkskörper brauche ich sicher mal nicht. Die Feuerwerkskörper brauche ich scheisse nach ein bisschen mehr einsch roles. Ich habe grüne Feuerwerkskörper Ja Die kannst du abschießen Können wir dann machen in Ruhe Kannst du es mitnehmen Können wir vom Berg gehen und sie abschießen Warum? Weil du es hast Ernsthaft? Ja Ernsthaft Dann verkaufe ich sie Sind die was wert? Silber 4 Nein, warte, wie viel ist die wert? 50 Silber Ich habe mehr Spaß an 100 Silber Als am Schießen von zwei Feuerwerkskörpern Okay, ich verschieße sie Ich habe die Handelskörpern Ich habe die Handelskörpern Okay So, warte mal Die hat Die hat Wo warst du? Bei der Waffe Händler Ist das? Handelskörpern Ist wurscht Genau, bei der Handelskörpern Verkauft Trockenlehm und sucht Breman beim Oster auf Du, soweit bin ich noch gar nicht Ich muss einmal So Ich müsste jetzt zu dem Sieh, 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 sieh Machen wir das hier Wir machen das dann, wenn ich fertig bin Nein, er läuft dir eh schon nach Der Träger läuft dir schon nach Ja, ist mir eigentlich jetzt wurscht Ich muss jetzt da Weil du hast ihm schon angesprochen Kann ich ihm das geben Ich muss ihm da was geben Und ich kann es ihm aber gar nicht geben Das verstehe ich nicht Was muss ich ihm geben? In meinem Inventar steht, dass ich es ihm geben soll Komisch Ja, wo will das Ourschloch jetzt dahin? Ich weiß nicht einmal, was das jetzt da für eine Quest ist Eine Lieferung ist das Ja So Ah, ja, dann komm Waschgesicht So, raus da Bitte ist das ein Spaß Das ist der Urweg Ich bin noch nicht fertig in Glisch Dann mach weiter Das nervt mich gleich So Ja So Mit denen Da Der Piare Hat eine Quest Nicht Ja, wurscht Wir brauchen ja Quests Um weiterzukommen Ja Na gut Na gut Na gut, dann sind wir aber eh bald wieder in Glisch Also ist Wurscht Ich check kurz mein Inventar Ähm Schaut soweit Halbwegs gut aus Wir werden bald wieder her müssen So, wo ist meiner jetzt Wo ist meiner jetzt da? Da Okay, komm her Ja, geh mal So, vor wem hat er denn jetzt Angst? Angst? Weiß ich nicht, von niemandem Ich weiß nicht, ob er Angst hat Wir sollen ihn nur begleiten Ja, na sicher hat er Angst Man muss jemanden nur begleiten, wenn er Angst hat Was hältst du sonst für einen Sinn? So Na schau, der kann ja richtig schnell Kommst du dann auch mit deinem Wesel weiter, oder? Ich bin schon da Bist schon da, sehr gut Der Esel ist ja urschnell Ich will auch so einen Schnellesel So, ich schau mal Okay, Achtung Da sind dann Feinde auf der Seite Wer weiß Vielleicht sind die die extra an Vielleicht Das wird mich ja nicht wundern Zwecks Humor, gell? Ah, kommt's her Okay, na gut Wir müssen da mitten durch die Aber Na, kommt's Kommt's, kommt's, kommt's Gar nichts stehen bleiben Weiter reiten Schaut's euch nicht um Hier gibt es nichts zu sehen Okay Ja, gut Pass auf Ich renn Geh du hinter ihnen Damit wir sehen, ob das hier passt Hinter meinen kann ich nicht gehen Also Da ist ja ursprünglich hinter meinen Schaut gut aus Schaut gut aus Schaut nicht gut aus Schaut gut aus Was ist denn da? Komm Meiner, geh weiter Meiner, geh weiter Komm, 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 komm Ich kacke an Bock Jetzt da her Auf diese Spinnenkacke Schon wieder Entweder so ein Krebs hinterher Die Mara Lass mich raten Das ist eine Freundin von Lara Die Mara und die Lara Ja, wurscht Wurscht, wie dich Leute nennen Quest annehmen, gell Da drüben gibt's auch noch ne Quest Von diesem hässlichen Typen Quest annehmen ist gut, ja, die kennt's Warum hat sie für dich Ganzes verstehe ich nicht Was für Freundschaft hast du, Bia? Das würde mich jetzt interessieren Zehn Genau, und bei zehn hat sie ein Quest Ich hab Freundschaft eins Ich müsste jetzt So, warte, ich versuch die Freundschaft, Bia Rost Zuerst einmal begrüßen Und jetzt spreche ich mit ihr Ja, ich habe mit der noch nichts wirklich was gemacht Naja, vielleicht bist du mit anderen Und vielleicht bist du mit der Lara gut Das kann ich mir nicht vorstellen Ich verkaufe ihr wenige Stiefel Ja, aber die mag dich Die mag dich, die mag dich wohl Ich spreche jetzt mit ihr Er weckt das Interesse von Mara Weniger als dreimal Ich hasse sowas Weniger Und wenn sie mir noch nicht sicher sind Ob das nicht nur ein Übersetzungsfehler ist Naja Das ist das Problem Weniger als dreimal Dann nehmen wir die Katsching, katsching, katsching Sprechen Einmal Zweimal Dreimal Viermal 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 Weniger als dreimal Ist auch dreimal Schon zu viel, geil? Ich weiß es nicht Ich spreche nochmal Er weckt das Interesse von Mara Weniger als fünfmal Was kriegst du hin? Ich verstehe es nicht Warte mal Wenn die Stufe des Interesses Des ausgewählten Wissens Niedriger als die Stufe Des Interesses Des Ziel ist Ist die Wahrscheinlichkeit Eines Fehlschlags höher Wenn die Stufe des Interesses Des ausgewählten Wissens Niedriger als die Stufe Des Interesses Des Ziel ist Stufe des Interesses 33 Stufe des Interesses 26 Aber weniger als fünf Ist doch auch eins Aber mit eins Hat es nicht funktioniert Das verstehe ich nicht Ich weiß es nicht Weil ich nicht weiß Ob das nicht nur Dolmetsch-Fehler sind Müssten wir mal Das Spiel auf Enkel steigen So Gespräch Null Eins Zwei Null Drei Ich habe Interesse geweckt Zwei Und es hat nicht gezählt Ich verstehe es Ich verstehe nicht Was sie wollen Ich verstehe es wirklich Das dumme Urlaub Da muss ich mir Echt ein Guide durchlesen Ich versuche es jetzt noch einmal Vielleicht bekomme ich Ein gescheites Jetzt ist es was gescheites Bisherige Gunst Von 116 Oder höher Okay das schaffe ich Ich habe eh tolle Leute Die es interessiert Gunst 40 Die Pueya Ist sie gut mit der Lara? Die nehmen wir die Sjuta Geht schon 141 Gunst Passt geschafft Freundschaft 15 Das nehme ich Jetzt hat sie Was? Hat sie jetzt eins oder nicht? Gut Ich gehe mal raus und wieder rein Ja Ja Jetzt hat sie es Nicht hinsetzen Die Fugen reden immer Passt Jemand der sich da nicht ausgeht Der wundert sich Warum er kein Quest hat So wartet Da ist noch was So muss ich jetzt wieder Zur Mare Verstehe ich nicht Ich habe jetzt dein Quest abgeschlossen Und jetzt hat sie ein neues Das ist doch blau Das heißt denn gerne Ja ich hatte jetzt ein rotes Und das sind meine ganzen Quests Warum habe ich jetzt Achso da Ich habe nichts bei ihr Was soll ich tun? Na ist ja wurscht Mach dir nichts Gehen wir jetzt einmal diese Nein wir machen jetzt einmal das Bist bereit soweit? Ja Ja Okay LP Trank Mittel LP Trank Mittel Warum zählt er das nicht zusammen? Welchen? Verstehst du das? Hoppala Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe glaube ich Ein Blödsinn gemacht Welchen zählt er nicht zusammen? Ah Das habe ich gemacht Hast du das jetzt weggeschmissen? Warum bist du so stumm? So eine Kacke Na ist ja wurscht So viel ist ja öfter Wie ich schon gesoffen habe Bis wurscht Wenn ich welche verschwinde So wartet Der will was Der Kire Der will was von mir Findet Kire Steht Das ist ein Quest So den muss ich jetzt Da zu Mara Oh okay Ich muss meinen eigenen finden Super Meine ist Wonders Komm Kire Da Mara Da ist der Kire Dann warten wir jetzt noch bis du dein Kire hörst Warst du den schon? Nein Schau da stehen auch Kires Schauen alle gleich Was diese Goblins Verdammt Kire Kire wo bist du? Kire wo bist du? Bitte Bist du mir wohl leid? Ich wollte deinen Kire nicht stüllen Kire 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 Da ist einer von der Gilde Nocturnal Die scheint sehr groß geworden zu sein Also bist du soweit? Ja Jut Warte ich will jetzt nur schauen In meinem Questing Ob ich jetzt eh das Richtige markiert habe Weil sonst So Das ist jetzt wieder ein bisschen ein Fußmarsch Aber wir müssen eh wieder darauf Um unsere ganzen Sachen zu erledigen Ja Wenn wir dann zurück gehen Gehen wir eh wieder nach Klisch Und dann machen wir dann den ganzen Mist der da in der Umgebung ist Okay Genau Dann finden wir vielleicht den Kire Da wird schon oft laufen Und dann machen wir das Okay Okay Ja Okay Vielen Dank. Also was willst du denn jetzt eigentlich für ein Haus, der haben? Ich weiß noch nicht. Wenn wir die 10 Euro zusammen haben, müsst ihr jetzt den Vogel haben? Der kostet jetzt schon 11. 11 Euro schon? Der war verbilligt. Das sind doch Schweine. Jetzt gibt es einen neuen, einen Hund. Aber den will ich nicht. Einfach einen Euro drauf gehabt. Vielleicht warte ich noch und warte, bis es was gibt, was mir gefällt. Okay. Oder ich hole mal den Adler. Ich weiß noch nicht. Okay. Es ist wie immer ziemlich ungünstig da gerade. Because... Es sind so viele böse. Es ist... Es ist Nacht. Da werden die auch alle stärker, die Monster. Okay, das sind jetzt keine Monster. Okay, warte. Was rennt uns nach? Rent uns was nach? Nein. Oh ja. Nein. Die Drehung, die Drehung, die Drehung, die Drehung. Ja, nichts. Du. Fah. Ein zur Boden, Rose. Jawohl. Okay. Pass auf. Wir müssen... Geh da gar nicht hin. Geh da gar nicht hin. Attention. Irgendwas schießt doch nicht! Wieso sagt ich viel Dank? Ich lock's weg und du machst Käfige, ja? Es ist uhrdunkel, da schaut das in Käfige! Pass auf, zerstör die Käfige, ich hole mir alle! Die haben wir voll in den Rücken, ein Käfig! Zweite Käfig! Fertig! Jawohl, super gemacht! Weg da! Folge mir! Ich folge dir! Hast du's sehr gut gemacht Rose! Dankeschön! Du hast das auch super gemacht, du hast die super weggelockt! Ohne dir wäre ich gestorben! Okay, wir kommen darauf! Zum Glück sind wir so ein gutes Team! Genau! So, da können wir mal abgeben Okay, jetzt hat die schon wieder ein Quest für uns gehabt Diese Laus So, also Ganz kurz einmal Okay, pass auf! Unsere Taktik behalten wir jetzt Wir müssen jetzt nochmal rauf Weil wir müssen jetzt da Stein Statuen zerstören und Banner Okay Die Banner gehen sicher wieder sehr schnell Wir brauchen vier Banner und zwei Stein Statuen, okay? Okay Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Okay, ich such... Wir rennen mal durch, ich muss die mal suchen, ja? Oder was ist... Mann, ey, ist ja die Kacke am Dampfen Lass mich raten Lass mich raten, das ist ein Banner Ich glaube auch Okay, holt ihr den Banner? Da Das ist keiner Das ist keiner Da Welcher? Ich sehe nicht, es ist so dunkel Da Ah Das ist nichts Ich kann sich dann greifen Oh ja, ich kann schon Oh ja, ich kann schon Oh ja, ich kann schon Die sind schon kaputt? Ja Okay Da unten sind noch welche Da mehr Wenn du magst Ich trau gerade ein Ja Jetzt geh ich nach unten Ja, lol, macht's einen Spaß mit mir Du hast alle weggelockt, das geht Ja Schön für dich Leider Ja, das hat ihn viel aus, das Spanner Ich hab's das aushaltet Sag mir mal Ich hau da nur lang drauf Fertig Fertig Ja gut, das ist jetzt so eine Stein Da ist so eine Steinstatue Eh gleich wo du gerade bist Haltet auch viel aus Ja, wurscht Das wäre bei dir, nein, oder? Nein Na dann Und ist kaputt Okay Renn da mit mit mir Renn gleich mit mit mir nach vorne Da sind noch Banner Wir brauchen noch Banner Ah ja Zerstören nur die Banner, warte Ähm Kaputt Sind die weg von dir, oder nicht? Nein, das tut nicht, aber das macht nichts Fertig Okay, gut, wir rennen weiter Ähm, wir brauchen jetzt noch so eine Statue Wir rennen da jetzt am besten wieder rauf, ja? Mhm In der Hoffnung, dass wir da eine finden Ja, ist mir wurscht, was uns da jetzt nachrennt Das ist eigentlich gut gekaut So, vielleicht ist die gespawnt So, vielleicht ist die gespawnt Scheinbar nüt Okay, jetzt schauen wir mal, wo die sein könnten Steinstatue Steinstatue Ja, die werden da drüben angezeigt Schauen wir mal Und da gibt's jetzt natürlich wieder Banner zum Saufüttern Ist das eine? Ja Ah, das ist eine Steinstatue Komm her Ja Super Ähm Ist was bei dir? Ja, geil Ein Riese Zieh ja keine Agro auf dich Jetzt ist einiges auf mich Aber sie sollte vielleicht kaputt sind Wow Oh Gott, ich verliere Uhl schnell Ich muss kurz weg Dann lass es Dann machen wir's gleich noch einmal Warte ich geh gleich wieder zurück Ich mach das jetzt kaputt Oh Gott, das sind viele bei mir Ich will das kaputt machen Ja, okay, gut, halt du sie auf und ich versuch's zum kaputt machen Okay Es ist kaputt Okay, weg 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 So mal weg, dass ich mich wieder orientieren kann, okay? Dauert ein bisschen, bis wir da durch sind, bei diesen ganzen Gesichtern. Das ist ziemlich stark. Ja, der Schwarzgeist ist schon wieder so unruhig. Der ist echt ein Wahnsinn. So, da. Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich gut hier. Schauen wir mal. Ja, bleiben wir mal hier stehen. Check mal den Schwarzgeist. Wirklich beeindruckend. Gebt bitte schon wieder Kultisten. Ich habe lauter Kultisten jetzt drinnen. Ja, ich habe aber noch ein anderes. Hast du das auch? Level 26, Geheimdokumente der Kultisten? Heiß ich noch nicht. Ja, das habe ich auch. Die Kultisten-Schamanen. Ja. Das wird echt heavy. Ja, das Kult wird heavy. Das ist ein Heimführer. Ja, Mann, das sind so Sachen, die... Ich habe nur zwei Quests, wow. Das ist aber schlecht. Aber warum? Nein, nur in der Liste. Ach, ich muss raufscrollen. Okay, ich habe sehr viele. Ich habe sehr, sehr viele. Gut. Ja, gut, das machen wir dann alles am Heimweg. Also am Heimweg. Am Zurückweg. Am Heimweg. Wir wohnen in Heidel. Na gut. Dann machen wir jetzt einmal... ...dieser Schamanen, okay? Tötet Kultisten-Schamanen und sammelt Geheimdokumente. Drei Stück, okay? Okay, machen wir das ja. Und wir bewegen uns ein bisschen langsamer, weil da ist gleich alles wieder voll, ja. Nicht wieder so blöd herumrennen. Ja, das Problem ist, dass die Schamanen mittendrin sind, ne? Die Schamanen sind die mit dem Feuerkacka. Schauen wir mal, ob wir vielleicht da irgendwie zu bekommen. Auch nicht wirklich blöd. Da steht auch keiner, wo ich sage. Dann können wir uns rausholen. Da müssen wir irgendwie durch nochmal. Fürchte ich. Wir sind quasi auf der nächsten Ebene. Verstehst du mich? Okay. Die sind nicht da, das sind quasi nochmal ein Rad da hinten. Ja. Oh, da ist einer hinter uns. Ah, Gott. Oh, da ist einer hinter uns. Wie gefällt dir mein neuer Move? Teil dir mal. Das da? Ja. Das schaut mächtig aus. Ja, das ist das, was ich davor gesagt habe, so mächtig ist nicht. Aber gut, schau, da ist jetzt frei. Komm. Komm, komm. Oh, da ist ja wieder ein Wasser dazwischen, wie es mich... Da ist ein Schamane, da ist ein Schamane. Okay. Er kommt. Hol in dir, hol in dir. Und hinter uns ist ein Riese. Der ist schnell gestorben. Wurscht. Ich glaube, ich habe was eingeloggt. Ja, das sind Sweris und das wird wahrscheinlich ungemütlicher. Wahrscheinlich, ja. Ja, vor allem, wenn der auf mich hin hat, dann schaffe ich es halt nicht. Das geht nicht. Kack die Wandern. Wir schaffen das nicht, glaube ich. Ist immer leid. Ja. Ist weglaufen. Dann muss bloß bald sein. Nein, ich will nicht weglaufen. Da ist noch ein... Ja, aber da ist jetzt noch einer. Okay, der ist mal... Der ist mal hinüber. Ja, bis der wird wirst mich verwaschen, Alter. Voll geschafft. Ja. Und fragen wir mal ne Sälfte. Kack, Alter. So, wo sind diese verdammten Schamanen? Da. Ey. Ey, was macht ihr da? Nichts, wir schauen nur. Entschuldigung, das ist so deppelt nach, aber... Das hat so cool ausgeschaut. Zwischendurch ist einfach lustig. So, was schlimm war, ist passieren als Laufen. Was? Was ist? Tötet kurdisten Schamanen, sammelt Geheimdokumente. Wir haben noch null. Okay, ich hab zwei. Aha, interessant. Finde ich wie immer geil. Sonst kann man warten. Oh, ich bin zweitgupft. Ja, geh weiter, musst du einen Riesen holen. Karten Riesenweiler. Irgendwie machen, oder? Einen roten Balken. Wir machen den ordentlich fertig. Wir haben eh noch nicht genug, bis wir fallen. Naja, ich will doch gar nichts mehr, bis sie wissen. Ich sag's doch, bis sie, ich weiß genug. Ja, noch mehr, Alter, wirklich, dass ich alles hingehe. Geh, sie ist aber vorbeigehen. Noch mehr, wirklich, halt's nicht aus. Ja, da ist schon wieder einer. Nein, jetzt mag ich nicht mehr, ich verschwind. Ist das dein Ernst? Wir müssen. Was musst du? Schau, was da alles ist. Was ist da alles? Da waren drei Stück. Zwei große. Ich geh drauf, ich steck. Ja, aber warum nimmst du denn kein Saft? Wieso, da ist noch kein einziger Tod. Einer ist jetzt tot. Naja, da kann auch keiner tot werden, wenn wir ständig welche dazu holen, oder? Ich sehe, dass wir sterben. Und ich sehe, dass wir sterben. Wo in deiner, in deiner? In meiner Kristallkugel. Okay, jetzt sterben wir. Weil jetzt kommen schon wieder so viele dazu. Das ist ja kacke. Wollen wir jetzt laufen? Ich muss es wissen. Naja, jetzt will ich laufen. Naja, ein bisschen mehr Abstimmung wäre Klasse wie immer. Ich hab kurz überlegt, ob wir es vielleicht schaffen. Wir dürfen da nicht so weit weg gehen. Da sind überall diese Schamanen. Komm mit mit mir, vielleicht können wir da irgendwie. Okay, jetzt nicht. Verpisse dich, verpissen, verpissen, verpissen. Ich bin auf den Stein raufgekopf. Die können auch auf den Stein rauf. Wie lange wirst man da noch nachlaufen, Kalutschkopf? Alter, was ist das für ein Riese? Habe ich keinen Bock drauf. Ja, du mit deinem Akkuschild war klar, dass du alles wieder anlockst. Ja, der haut mich an, ich bin im Osterhaum. Ja, er liegt. Ja, leider nicht so lange. Ja, leider nicht so lange. Ja, leider, bitte. Jetzt stehe mal. So. So, ich habe jetzt auf alle Fälle immer noch keinen Schamanen. Nur zur Information, ja. Okay. Ja, was soll's, komm her. So, gar nicht trödeln, weiter. Den auch noch und dann können wir die Schamanen da machen. Mensch, dann war's, Alter. Gebiete. Ich habe den Eindruck, leider. Ja, gut, das ist alles Level 26. Das geht noch am hohen Scham. Ja, wir sind ja viel zu hoch. Da ist ein Schamane. Mach den. Du machst den anderen Schamanen, okay? Ja, ich mach den anderen Schamanen, leider. Gott sei Dank ist mein roter Parken so drückt miteinander. Wo bist du? Ich habe immer noch keinen Schamanen, gell? Das gibt's. Ja, der will nicht, ja, komm. So, klar. Ja, der will nicht, ja, komm, so klar. Wow, das war stark. Dankeschön. Achtung, eine Riese. Achtung, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er hat dich gesehen. Schauen wir mal, wer mehr Ausdauer hat, ich oder der Riese. Pies dich an, zwei Riesen. Ihr kommt, verpies dich. Das geht mal echt auf die Nerven. Dieses Zielsystem, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Gott, das sind mir ja nur Riesen. Da ist einer. Ich hole ihn. Der geht langsam. Komm doch her. Kommt nicht her. Jetzt habe ich einer. Okay. Da vorne ist, da warte, ist einer. Schauen wir mal, ob ich den kriege. Schauen wir mal, ob der herkommt zu uns. Oh, der kommt. Oh, er war ganz langsam. Bitte. Na, der kommt nicht, weil der trifft uns ja von dort auch. Der trifft mich selbst, wenn er nicht in meine Richtung schießt. Also, hole ich mal jetzt einfach, weil... Ja, wurscht. Ja, wurscht. So. Brauchen wir noch welche? Ja, ich habe einen von drei. So, da hinten. Ja, aber da ist der Riese dabei. Das will ich eigentlich nicht, hm? Oh, man. Wenn wir... Nein, der ist so nah, der Riese. Der ist... Wollen wir nicht mal an dem vorbei? Hat er uns gesehen? Das gibt's aber jetzt nicht. Nein, der ist, wie in der Hände sind. Irgendwie hat unser Wort, nein. Irgendwer habe ich an. Irgendwer habe ich an, weil ich habe schon gedauert. Hohe, hohen muss den Kultisten da. Nehmen wir sie weg. Sie ist gerade am Kämpfen. Wir nehmen sie weg. Ich meine, sie hat's nicht gemacht. Der ist einfach daneben gestanden. Ja, das hoffe ich, weil wir nehmen niemanden zu questzweig. Du hast es nicht noch, los zu knappen? wenn ich mal für ich kann nicht schon wieder ausknappen ich knabbere die ganze Zeit Kommt davon, wenn's Popcorn oder so hast Achso der ist im Käfig, deswegen Achtung, der ist nicht im Käfig Da ist ein Kulti, den machen wir schnell beim vorbeigehen Konzentriere dich nur auf den Ja, ich konzentriere mich eh Keine Sorge Verschwind Dankeschön, geht schon, wir haben's geschafft Na eigentlich noch nicht, weil mir fehlt noch einer Achso Dann müssen wir wieder zurück Da steht wieder ein Pferd Wenn ich vorher einen gehabt hab, werde ich nicht auf einmal drei haben Wenn wir dazwischen nicht geimpft haben So Freak Da, hier haben wir einen Der kommt zu können Da kriegst du da kugel Ich hab leider Dann nehmen wir den auch Dann nehmen wir den auch nur noch nix Äh, kann man nur Ja, bei den Riesen hab ich das besonders gern So Und jetzt? Ähm, nein Mal weiter Mach mal das halt im vorbeigehen Und die ist gar keiner mehr da Null Aua, 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 aua Ich schaff's Nein, leider schaffe ich's heute noch Das ist kacke So, hat immer noch nicht gezählt Das gibt's nicht Das gibt's nicht Hat immer noch nicht gezählt Auch nicht, wenn man irgendwas da Aua, aua Wir machen das so lang, bis es zählt Ja, den zieh ich nimmer So, drei, Saft Ja, den zieh ich nimmer So, drei, Saft Hm Hm, hm Ich muss jetzt mal einen Saft trinken Ich mein, nicht, dass ich noch welche hätte Aber, pfu Bin mir die interessiert So So Ich geh jetzt wieder dahin, wo's markiert ist Mhm Weil ich find das einfach strange Das ist einfach nur ein Zufall So wie bei mir beim Sammeln Mit die Wildkräuter Oh Gott Der ist schon tot Ja, aber es hat immer noch nicht gezählt Lauf mir doch mal durch Das ist mir zu viel, leider Ich kann nicht schon wieder jedes Mal Im Bekämpfnis Saft fressen Das nervt mich Ja Super Ja, das ist gut Ja, ist gut Ja, ist gut Ja, ist gut Da können wir uns die wieder rauf zahlen Da ist zwar ein Ähm So ein Riese dabei, aber Ja Okay Okay, natürlich, ich hab mich gekratzt Achso Ich glaub du wartest auf eine Regeneration oder so Ich glaub du wartest auf eine Regeneration oder so Nein Gut Zeit Ja, jetzt hat er uns weggnommen Nun weil ich mich mal kurz kratze, oder? Kann ich nicht warten Ja, da macht ein Riesen jetzt Da muss ich nicht kratzen Da muss ich nicht kratzen Schau, die hat zwei Katzen Eie Die muss ein Geld haben Jetzt hat er das Geschenk bekommen Von ihrem Freund Mhm Was willst man damit sagen, dass sich Freunde sowas schenken? Ja Ich schenke dir sicher kein blödes Haustier Und schon gar keiner ist, was es nur in deinem Computerspiel gibt, oder? Ah, ein echtes schon? Wenn du eine Katze willst, kriegst du eine Katze Aber Braucht mich da nicht an Und ruft mich vor allem nicht an Wenn du im Krankenhaus liegst und einen Asthmaanfall hast Dann wär ich so ein Geld verholst du eine Katze Dipptidu Gib bitte, der hat sich da versteckt Schau dir nah an die Warzen Aber der geht da nur Nein, jetzt geht er nicht Schau, der hat gewartet bis ich mich umdrehe Ich schau dir nicht mehr Ich muss nicht mehr Ich schau dir nicht mehr Wir ordenkann Schau dir nicht mehr Ich schau dir nicht mehr Ich kann aber nur sehen uns dann irgendwo in safety bringen weil ich gehe davon aus dass bald auch raus ist zuerst noch mal den schamanen naja ich suche mir das nicht unbedingt aus wenn Felix schlafen kann dann geht halt schlafen zuerst macht man den Schamanen als wir gehen es noch mal ganz bitte gehen es ist nicht schnell genug ich sehe ihn nicht mehr ich weiß nicht mehr wer ist es wäre halt schon einfacher wenn wir es wieder wasscht schon ich habe schon vielleicht können wir beim nächsten mal wieder unsere alte Taktik anwenden einer tötet der anderen totzweck was sonst da wird es ein bisschen kacken so machen wir es so ok stell mich nochmal her der hat ein Quest für mich für mich auch ok auch kurz für den Partner nimmst du da kann wir haben das ist nicht so stimmt jetzt lasse ich mich da mal ein bisschen regenerieren und gehen mal kurz weg ok und kommen dann bald ok pass auf dass uns nichts tötet ich pass auf dich auf danke gleich und ach viele und ich oh ja ich 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 Das war's für heute. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht hilft uns der. Vielleicht schaut er aber auch noch etwas zu. So, ich bin jetzt fertig. Und bei dir? Ja, ich brauche immer noch Banner. Die fühlen sich auf. Die wollen dich hauen. Ja gut, dann rennen wir durch. Du hast ein paar andere Zahm und ich lock da alles zu mir. Nee, der mag gar nicht. Und so nett ist es nicht. Ich habe schon das Banner zusammengekommen. Und noch eins. Weiter geht's. Da sind wieder welche. Kaputt. Nächstes. Kaputt. Nächstes. Ich sehe das Quest nicht mehr. Dann ist es ganz oben fertig. Dann rennen wir mal da kurz raus. Irgendwohin, ich weiß noch nicht, wo. Mal schauen. Nicht verleert, oder? Bis daheher folgten es dir. Achso, entschuldige, ich habe glaube, der ist schon gut. Nein, nein, der ist ein Brünn. Nein, die sehe ich nicht, wenn sie ein Brünn sehen. Dann. Dann. Abbewusstet ihr sie, Tom, sich? Ja. Was? Hat nichts aus Aber da steht doch Energie gibt, also Energie kannst du für Wissen Ja, das weiß ich schon Was ich kann, aber Ich habe da stehen, dass ich daher muss Achso Ah, muss ich das abgeben Haben vorher Banner Haben wir mein Ding Ah ja Es kann sein, dass der nur in der Nacht da ist Das ist ein scheiß Witz Kann sein Na, ich habe schon recht, ich bin eh nicht angepasst genug Ja, ist ja wurscht Oh, der geht hier spazieren Wurscht, wo der spazieren geht, dann gebe ich was an Was ab Ja, super Du hast über deinen Kopf eine Zahl 4 mit Münzen und Ich weiß nicht, was das ist Ja, ich weiß nicht Irgendwas hast du erreicht Irgendwas hast du erreicht Das ist ein scheiß Witz Angelegenheit Was ist das? Das ist ein scheiß Witz Beschwerst du schon? Nein Ich weiß nur Nein Ich weiß nur Ich weiß nur Ich weiß nur Ich weiß nur Ja, das schaffen wir auch. Schau, wie die dauernd ausweicht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe eigentlich gesagt, dass du was tun sollst. Und noch hier. So. Packen wir los, nichts. Was klar, scheinbar legst du los, danke für die Info. Ich stehe mal meine Schiebsung, du seid da. Hat ja nicht funktioniert. Achso, nur der Krugmannführer kennt das. Was soll? Ach Gott, wo ist so ein Beschwer, Dings? Los da überhaupt, ist das? Ja. Achtung, die Party steigt. Ja, der steht wieder genau vor mir, oder? Habe ich überhaupt keinen Bock. Na, komm schon. Boah, da. Barschloch. Ich bin noch... Ja. Okay. Der macht mich fertig, ich sag's nur, gell? Der soll auch mich holen. Danke. Also am besten soll er gar niemand noch, am besten weicht mir dauernd aus. Der holt ich immer so aus. Trifft uns eh nicht. Genau. Ja. Ich will natürlich mörderisch Schaden machen, hier. Das ist aus, weich kacke. Tschuck. Okay, das wird ein einfacher Kampf, ich sehe schon. Wir machen es ganz gut. Mhm. Das tut weh. Aua. Naja, wenn er dich trifft, das tut weh. Überall mit dem Sprung. Okay, Problem, Problem. Heute sehe ich schon mein ganzes Geld, was ich in diesem Spiel habe, investieren in Mineralwasser und Werts-Number. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ja, Farbenkund habe ich auch gerne. Ich rette mich nicht. Nein, wir haben nichts, gleich weiter. Okay, du weißt. Ich auch so gut wie. Das macht nicht, wir machen ihn gleich nochmal. Okay, gibst du mir die Führung. Warum? Hat er für dich nicht zählt, oder was? Wir machen ihn gleich nochmal. Warum? Hat er einen Loot gehabt? Natürlich nicht. Okay, gehen wir zurück abgeben. Wenn er keinen Loot gehabt hat, machen wir ihn nicht nochmal. Stirbt sie? Nein. 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 Hedlocker, Valentin. Nein. Wieso kann ich's nicht abgeben? Ich auch nicht. Ähm. Das ist beim Geist. Du musst es beim Geist abgeben. also das ist dieses andere weil er willst mich verwaschen das ist jetzt nicht euer ernst was los ja sammelt kultistenblut ja passt weil da geht so ja aber von welchen nicht die normale kultistenblut sammelt kultistenblut ja ich weiß nicht ob wir da etwas töten müssen du glaubst mir sicher müssen wir es töten du glaubst das blut liegt auf der straße rum du rennst mit der pipette rum und sammeln vielleicht spendet uns einer sowas rennt uns da alles nach zu viel weiter ich weiß nicht ich würde gerne mal das quest lesen wir müssen sie töten das quest lautet sammelt kultistenblut haben wir dabei ja aber es gibt verschiedene kultisten was ist ja sprich mit mir ich bin irgendwie weg gewesen war in dem lade screen einmal bin ich runtergefallen hier wieder dann hast du kurz die verbindung verloren ich glaube ich muss aufhören ja ich weiß ja ich weiß die karte na gut dann gehen wir in sicherheit da ist er zum abgeben komm schnell bevor er wieder weg ist passt wir können eh da stehen bleiben wie du magst ja von mir ist passt alles klar passt am freitag kann ich wieder ja ok wahrscheinlich erst später halb neun oder so ja ja ok ok super gut tschüss 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 Vielen Dank.